Das einzige, das mehr Spaß macht, als einen neuen KitchenAid-Vorsatz auszupacken, ist ihn zu verwenden. Das dreiteilige Set, bestehend aus Nudelteigroller und Schneider, ist mit allen Küchenmaschinen kompatibel. Alle Teile können an der KitchenAid-Küchenmaschine angebracht werden, damit Sie ganz einfach selbst Pasta zubereiten können. Dieses Set enthält einen Spaghetti-Schneider und einen Fettuccine-Schneider, sowie einen Nudelteigroller, der 14 cm breite Nudelblätter herstellt und die gewünschte Dicke mittels acht unterschiedlichen Einstellungen anpasst. Alle Vorsätze sind aus Edelstahl gefertigt. Ein praktischer Reinigungspinsel ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Damit können Sie das dreiteilige Set mit Nudelteigroller und Schneider in hervorragendem Zustand halten. Durchstirbern Sie die Rezepte, lassen Sie sich inspirieren und erfahren Sie mehr auf unserer Website.